Hallo Leute, Eich hier. Ich will am liebsten ein neues Projekt starten, aber für dieses neue Projekt brauche ich hier einen Mitspieler sozusagen. Spielt für mich keine Rolle, ob ihr an Jesus glaubt, an Allah, an Mohammed, an Hindu-Götter, Vishnu, Brahma etc. Ist für mich alles belangt. Aber ihr müsst die Bibel wirklich in und auswendig kennen. Warum müsst ihr das können? Wieso brauche ich so eine Person? Ich habe hier ein kleines Buch. Es ist klein, aber schwer. Und das heisst, meine erste Kinderbibel. Und diese Person müsste mir dann quasi zur Seite stehen, wenn ich aus diesem Buch lese und mich korrigiere, beziehungsweise das Buch korrigieren. Wo was fehlt, wo die Geschichte manipuliert wurde, wo in der Geschichte essenzielle Teile abhandengekommen sind etc. Um zu zeigen, wie die Kinder eigentlich heutzutage verarscht werden mit so einem lächerlichen Buch. Und wie vor allem das Ganze verniedlicht wird, was in der Bibel steht mit Mord und Totschlag etc. Wer also die Bibel wirklich von Buchrücken zu Buchrücken mehrmals gelesen hat, Inhalte kennt, Theologisches kennt etc. oder sich daraufhin bilden will, der soll sich bei mir melden und dann können wir dieses Projekt starten. Mich kontaktieren könnt ihr per eingeblendete E-Mail-Adresse oder unten in der Videobeschreibung ist die E-Mail-Adresse nochmals erfasst. Wenn sich niemand meldet, wird das Projekt auch nicht zustande kommen. Danke, Beer. Beer. Untertitelung. BR 2018